In den Geschäften herrscht zurzeit überall das gleiche Bild. Leere Paletten, leere Regale, leere Tiefkühltruhen. Der Grund? Hamsterkäufe. Auf dein Weg! Ich hab's gefunden, Joas, ich hab's gefunden. So, jetzt brauchen wir noch einen passenden Controller. Ein Controller? Oh, da hat jemand sein Auto offen stehen lassen. 21 Bus-Simulator-Teile und immer noch blinzeln die nicht, ne? Herzlich willkommen zu einer Special, richtig Special-Folgetick, ich sag das mal mit dir, Leute. Es ist wieder soweit. Bus-Simulator. Ja, der neue Teil Bus-Simulator 21, äh, 21. Wait a minute! Ja, wie manchen vielleicht aufgefallen sein wird, hatten wir in der Aufnahme ein paar technische Probleme. Und zwar war der Rechner anscheinend mit Bus-Simulator so überfordert, dass er so eine Ausgabe hier gemacht hat. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum nehmen wir das Ganze nicht neu auf? Haben wir auch versucht, aber in dieser Aufnahme waren einfach so lustige Szenen dabei, die konnten wir euch nicht vorenthalten. Und im Grunde genommen ist das ja kein Standbild. Es hat nur eine etwas geringere FPS-Anzahl. Warte. Warte. Perfekt. Grandiose 0,0138 Frames. Das ist Qualität. Ab in die Lackierstation, Jörg. Rainer, ich will auch noch mit rein. Fahr nochmal rückwärts, fahr nochmal rückwärts. Jetzt öffnet sich vorne, die Tür, ne? Du bist... Was ist denn hier los? Mach hinten die Tür auf, mach hinten die Tür auf. Kannst du da durchlaufen? Ne, ich kann da nicht durchlaufen. Das wird so geil, Mann. Ich kann da nicht durchlaufen. Ich fahr gleich vorwärts. Ich springt mal. Ich glaub, da kann ich... Du kannst nicht lackieren, nur der Chef kann lackieren. Oh, nicht das Glas umschmeißen, das war knapp. Ich komm rum. Das wird so geil, das ist ja gut. Und was sagst du dazu? Wunderschön Und hinten hab ich auch was zu zeigen Hehehe, boah Stop it! Geh zum Help! Nein! Hey, der klaut sich immer an meinen Bus! Alarm! Bleib stehen! Hallo! Привет! Jo, es war da auch wichtig, ich muss den Penner einholen So, jetzt reicht's! Jetzt hat er sich sogar teleportiert, der Sack! Ich hab ne Anzahl hier Jo, du musst mich abholen Ein paar Sekunden später Ich kann mit offener Tür fahren Das ist auch die Tür Jetzt machen wir so'n Skill-Move Richtig, like Mission Impossible Ja! Ja! Nein! Nein! Ich bin weggeglätscht Ich hätt's fast geschafft, Joas, warte noch mal kurz Warte, warte Warte Es knitscht zu ihm ist rum Ich steck so ein für die Tür drinnen Ich steck so ein für die Tür drinnen Guck mir so'n Die hat grad gesagt, ihre Wochenkarte ist abgelaufen Und hoffentlich bemerkt das niemand Oh Gott, jetzt will die behinderten Person aussteigen Ich schub sie aus Lust raus, Alter Los, schieb dich raus, Oma! Leute, was ist da los mit euch? Das ist ne große Route diesmal Die wollen wir Ja, was zum Teufel Nein! Nein! Ey, was ging denn bei denen da ab? Oho! Oho! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! Oho! Oho! Es steigt doch ein Alter, wie sie sich da Zeit lassen, ne? Hallo! Jetzt erstmal mit dem Handy düdeln vor der Bustür Ja, jetzt kommen sie mal rein Ey, das ist unglaublich Die KI ist so echt einfach nur Jetzt hat sie das Spiel auf Englisch hingestellt Keine Ahnung, wie du das Handy kippt hast Fuck off! Oho! Ladios, was machst du? Oho! Oho! Look at Randy Orton slithering Watch out! Watch out! Watch out! Nein, 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 nein Nein, nein, nein Alter! Okay, gut Irgendwie Glück gehabt In der tongue Is Dufa Keen Racketball 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 Ausstecken weg! Rauch! Die Fahrgast muss aussteigen Ich kann nicht aussteigen Rauch mit dir Rauch mit dir Ja, geh halt noch langsamer und verkrüppelter, ey Ja, geh halt noch langsamer und verkrüppelter, ey Die Die Racketball Ihr moves bil Oh, the walking dead Was der masculinity Was der Die 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 So, wie wir es gelernt haben. Erst rausrennen, dann ganz vorsichtig umsch. Was ist denn bei deinem Gimbel los, Alter? Ach nee, du fährst von deiner Brücke durch. Oh, die Mess. What the fuck? Alter, was ist denn los? What the fuck? Was ist denn los? Wie viel Geld würden Sie investieren können? Nice. ... ... ... ... ... Bill soldat ved Sie? Mike! Huh? Mike! ... eten. Untertitelung des ZDF, 2020